Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und den Spannungen mit China und dem Iran dringt die Union auf die mehrfach angekündigte nationale Sicherheitsstrategie. Darin sollen zum Beispiel Deutschlands Werte als Grundlage für die Politik definiert werden. CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte im Interview mit der Welt am Sonntag, die Bundesregierung habe sich bisher geweigert, darüber im Bundestag überhaupt zu diskutieren. Der Antrag der Union soll dann am Freitag im Deutschen Parlament debattiert werden. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.